Hallo! Willkommen zurück zum Naruto. Und wir fangen jetzt mal an mit Juriahas Kaffee-Payne. Was mich da wohl erwarten wird? Das war's für mich, Juriahas Kaffee-Payne. Hm? Du bist? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für mich. Das war's für mich. Was ist das? Er ist auch ein Yashiko? Yashiko? Hm, er ist ja so, dasselbe. Er ist? Er ist ja so, dasselbe. Konan, wie auch du auch nicht so, wie ist es? Was ist denn? Was ist denn da? Was hast du denn? Was? Es ist nur ein Krieg. Es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg. Was hast du gesagt? Es ist ein Krieg. Ich habe mich sehr, dass ich mich nicht mehr als Mensch. Ich habe mich nicht mehr als Mensch. Aber ich habe mich nicht mehr als Mensch. Ich habe mich nicht mehr als Mensch. Das war's für mich. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht verstehe. Was ist dein Ziel? Warum werden wir eine neue Beleidung für die Beleidung und finden, und die Beleidung für die Beleidung? Du bist auch nicht. Das ist das, was ich. Wir haben die Beleidung für die Beleidung und die neue Beleidung für die Beleidung. Das ist eine Art von der ersten Karte. Nur um den Karte zu benutzen, will man den Karte nur den Karte verletzen. Wunderbar. Wie soll das eine Art Art Art? Der Krieg, der sie mit dem Karte verletzen kann. Die Leute werden immer mit dem Karte verletzen. Ich weiß, was ich? Ich bin der Welt, der Angst. Der Angst hat sich die Angst, und der Krieg. Ich weiß, dass ich die Angst, die Menschen zu werden. Das ist dein Ziel? Ich bin der Mensch, der平和istische Geist. Das war's für mich. Wenn du da, wo das, dass ich nicht darüber nachdenke, will ich nicht lachen? Ich bin gleich, dass du auf die Erweiter landst daar umgekehrt hast. Ich bin einfach nicht so, dass du jetzt anstatt mir zu, um mich zu sagen. Aber, du bist nur für die Erweiterung, die du in der Welt zu geben. Das war's für mich. Ich bin ein wenig zu sagen. 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 Das ist mein zweites Schwerpunkt für mich. Na, du bist auf dem Weg. Ich bin nur ein. Ich bin gut. Das war's für mich. Okay, wir beginnen. Es gibt natürlich nicht nur diesen einen Pain Denn wir haben gesehen, es gab einen Stachelkopf Ja, ein Stachelkopf Und der ist nicht dieser Stachelkopf Tja, ultimatives Jutsu kann ich nicht einsetzen Erwachen auch nicht Das ist ja schon ein Endbosskampf Ich dachte, ich müsste einmal gegen den und dann nochmal Aber scheinbar nicht Krabbe Erkenne Pain Ich schür Jiraiya gegen Pain Achte auf die Krebse, die Pain beschwört Ein direkter Frontalangriff ist zu risikoreich Wenn du seine Seite erreichen kannst, könntest du eine Chance haben Wo ist er? Ach Mann Alter, nicht von vorne Jawoll Und das tut Höllisch weh Ich glaube Der sieht ein bisschen angeschlagen aus Nein Ihm fehlt sogar schon ein Teil des Auges, habe ich das Gefühl Er kann sein Auge noch nicht mal richtig zumachen Ich bin jetzt ja da war komisch auch um dann gehe ich eben von der seite okay wo ist er was zum alter das ist unfair knapp soll gerade wirklich jawohl immer von der seite alter daneben so jawohl ich habe ihn was jetzt oh mein gott oh nein jetzt brauche ich auch noch reflexe bam verpiss dich nein hab dich so was kommt jetzt was zur hölle welche knüpfe ich drücken musste jetzt kommt der sogenannte eremiten modus oh mein gott jiraya gegen pain 2 wenn du alle drei pains valus angreifst erreichst du nichts schalte einen nach dem anderen aus am ende musst du wohl aber alle drei gleichzeitig treffen schnell wiederholen jawohl distanzangriff und kochendes bad und kochendes bad na oh das war daneben oh das war daneben oh das war daneben oh das war daneben und schiss und ja hab dich ja hab dich alle alle gleichzeitig treffen na super oh jee oh ja jetzt hab ich einen weg ich muss ich muss alter und jetzt come on hab dich hab dich hab dich hab dich und verreck oh man warum leben die wieder alt ach ach Alter Und 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 Ja Das war's Hoff ich Verreckt Was Alter wie viel Jawoll Haben wir ihn erwischt Na Na komm schon Komm 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 ich habe sogar es geschafft Ja 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 Ich möchte die beiden schützen. Wenn man sich so schwer verletzten, ... 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 Ah, so, ja, um, sorry, ich muss mich hier wegkriegen. Ah, so, ja. Ah, so, ja. Ich weiß nicht, was ich? Was ist das? Bain ist noch da? Ich weiß nicht. Okay, so... Bain ist陸動! Hier sind wir! Backe! 6人? 6人 sind hier! Ich habe mich nicht mehr verletzt, wenn ich 3.000 Menschen in der Welt bin. Was ist das? Ich habe ihn mit einem Schmuck zu retten, oder? Ich habe ihn mit einem Schmuck zu retten, dass ich 3.000 Menschen bin. Paine, hast du eigentlich was das? Das war's für mich. Was ist das, was du mit dem Rindegang? Was ist das denn so? Er war ein Freund, der im Hintergrund. Aber er hat sich nicht so gesehen. Was ist das denn? Das ist das, was ich. Was ist das, was ich? Das ist ein Unterschied, was ich nicht? Nein, dass der Linnégan war, dass der Linnégan war. Der Linnégan war nicht sicher, dass der Linnégan war. Was ist das? Der Linnégan war, dass der Linnégan war. Ich weiß nicht, was ich zu sagen. Nein, ich weiß nicht, dass ich mit dem Naga-Ton weiß. Wenn ich nur mit dem Naga-Ton entdeckte, dann... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... Das war's für heute. Ich bin nur der Schmutz. ... das ... 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 Das stimmt. Oh nein. Ich weiß es. Du bist so. Aber nicht ganz, Schau. Du bist doch so lieb. Herr Baben? Nein, Herr Baben. Ich bin von der Glerglieder sagte derã�igemissionen. Ich muss davon nachzudenken, ja auch weiter pipes. Das ist schon klar. Das war's für heute. Oh, oh! M-,任せておけ! U-Mai-mon-tada-fuku-yo-i-shit-mattor-de! Arigatai... ...これで思いっきり戦えるというもの... ...嫌いじゃちゃう! ...では... ...言ってくだされ! ...必ず戻ってくるのじゃぞ! ...ありがとう...ございました...お二方... ...カエルを逃がした... ...これで...心置きなくお前と言われる... ...この状況でまだ強がる... ...愚かしいな... お前はわしが始末する... ...そう言ったはずだ... うーん... 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 あきらめずに前に進む気持ちがあればのう... そこまで大口を叩くのならば、変えてもらおう... この遺憾ともしがたい、絶望的な状況を... うーん... Vielen Dank.